Wir schwitzen Blut und Wasser, Leute. Jetzt bin ich fast ausgerutscht. Grüezi aus der Schweiz. Hallöchen, wir sind am Berg. Grüezi. Wir sind jetzt auf dem Balmberg und laufen jetzt hier so rum. Ich mache ein paar schöne Aufnahmen für euch. Leute, wir fragen Romero, können wir wandern gehen? Ja, er hat nur so ein bisschen Steigung, wo wir langlaufen. So. Das ist fucking anstrengend. Sport hier. Morgensport. Yes. Dafür gehen wir am Abend. Ins Kido. Gucken uns später Dune an. Und von Dune. Ich bin jetzt auf der Front. Es ist immer noch sehr steil. Wir schwitzen Blut und Wasser, Leute. Jetzt bin ich fast ausgerutscht. Aber wir werden dieses Abenteuer bestehen. Irgendwann. 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 So, wer von euch war schon mal in der Schweiz und ist auch schon ein Bergsteig gewesen? Du zählst nicht. Oh shit. Endspurt, Leute. Wir sind gleich auf dem Gipfel. Wuhu. Wuhu. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.